Der 17. Juni 1953 ist ja im Grunde ein Geschehen, das sich aus den Protesten von Arbeitern ergab, die mit der Normerhöhung nicht zufrieden waren. Und aus diesen Protesten entwickelte sich dann ein landesweiter Streik und ein Boykott der staatlichen Strukturen. Und an manchen Orten kam es zu gewalttätigen Ausschreitungen, die sich vor allem gegen die deutschen Kommunisten und die SED-Mitglieder wandten. Ulbricht und seine Genossen wussten sehr genau, dass sie keinen Rückhalt hatten. Dass wenn sie vor freie Wahlen gestellt würden, dass sie hinweggefegt würden. Und deshalb waren sie auf die Besatzer angewiesen. Also sie waren darauf angewiesen, dass die sowjetischen Truppen und der sowjetische Geheimdienst sie vor den eigenen Leuten schützte. Das ist die Wirklichkeit des 17. Juni 1953. In der Sowjetunion hatte sich aber nach Stalins Tod sehr schnell eine Phase der Liberalisierung durchgesetzt. Es gab kollektive Führungen im Politbüro, eine vorsichtige Öffnung der Lager und eine neue Art von Diskussionskultur in der Partei, die sich ausbreitete, die noch nicht sich vollzogen hatte, aber sich andeutete. Und ausgehend der Geheimdienstchef, Lavrenti Beria, war einer der Protagonisten für eine neue Außen- und Sicherheitspolitik. Er versuchte nämlich, den Regionen in der Sowjetunion wieder größere Autonomie zu geben, das alte Konzept von Kulturautonomie der 20er Jahre zu beleben. Und er war einer derjenigen, die im Bezug zur DDR bereit waren, die DDR aufs Spiel zu setzen und an die Stalin-Note anzuknüpfen und sich darüber Gedanken zu machen, ob man mit einem neutralen, vereinten Deutschland vielleicht doch besser operieren könne, als mit einer DDR, deren Bevölkerung die Kommunisten gar nicht haben wollte. Also ein pragmatischer Umgang damit, die Überlegung, ist das eigentlich sinnvoll, hier dauerhaft eine Diktatur zu errichten gegen den Willen der Leute, soll man was anderes machen? Und ausgerechnet in diese Situation fällt dieser Aufstand. Und man kann ja auch gut beobachten, dass dieser stalinistische Apparat entgegen seiner Gewohnheit relativ milde verfährt. Es sind die deutschen Kommunisten, die wollen, dass dieser Druck aufgebaut wird, während die sowjetischen Befehlshaber eher vorsichtig sind. Es gibt also keine Massenerschießungen, die man hätte erwarten können, nach allem, was die stalinistischen Organe sonst so in den 30er und 40er Jahren vollbracht hatten. Vielen Dank.